Ich habe gerade angenommen Du hast mich nicht eingeladen Du sollst ihn doch nicht voll labern Aber doch, Stream Infos stimmt tatsächlich Jetzt sind alle drin Dun Ja Fabi fehlt Jungs Nein, Scheiße Dann kann man vergessen Kein Victory Kein Royaler Sieg Kein epischer Kein epischer Royaler Sieg Ich denke, Fabi zockt Faceit Level 10 Und ist am Smurfen Fabi zockt Faceit Level 5000 Ne Fabi ist Faceit Fabi ist Faceit Gründer von Counter Strike Ne, ich habe die Mod entwickelt Als ich noch gar nicht existiert hat Da war ich halt nur eine kosmische Intelligenz Und für 2008 2003 in meinen jetzigen Körper geboren Kosmische Intelligenz mit fucking APU Okay, komm mal Nein Streamste Ich bin Twitch on eigentlich Aber nur eigentlich Eigentlich so, aber nur eigentlich Ich glaube ich muss mich anmelden Nein, nein, nein Hast du mir einen Follower rausgedrückt? Was? Ja, 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 ja Ich bin ein Follower, Junge Soll ich dir einen Sub rausdrücken, Junge? Ich habe Twitch Prime noch Ja, Mann, drück mir einen Sub, ich weiß nicht was das ist, aber mach Lol Dann kriegst du Cash Wie ich krieg Cash? Bei 50 Lol Ne, oder? Aber du hast wahrscheinlich gar nicht eingestellt, oder? Wie geht das? Sag mal schnell, ich mach das Ich brauch Cash Wie stell ich das ein? Dann muss ich irgendwie die Paper oder so verbinden Ja, doch Echt jetzt? Boah, ich weiß nicht wie das geht Das ist halt Tal bei Job Keine Ahnung wie das geht Keine Ahnung, ja Keine Ahnung, ja, oh ja Ich weiß nur wie man, wie man halt Donations Yo! Kemi, wie richtig Donations ein bei mir Ey, yo! Was ist die Donations zu meinen Subscribers? Über was? Über Streamlabs Ja, aber da tut man die Donations, aber nicht die, die Subscriber, oder? Ja Subs kannst du eh nicht machen, du kriegst keinen Subbutton Solang du nicht konstant 300 Viewer, äh, 20 Viewer hast, oder so Ach, den kriegt man ja gleich dafür Natürlich kann er dich nicht subben, ne Ich kenn mich damit ja überhaupt kein Stück aus Ich hab auch keinen Subbutton, den kriegst du auch nicht Den wirst du nicht kriegen, weil du Huber so ein bisschen Tomer Wichser Nice Ja, ihr wisst, schickt mal dein Stream Stream? Mach ich Warum kriegst den Just nicht? Weil ich heiß Just Kinda Sus Wo ist meine, meine... Oh ja, hier ist meine Steam-ID Okay, well Kleinen, kleinen Moment Ich hab grad irgendwie so ein Overlay gefunden, was ich mir da jetzt reinlaller Ich hab nen Dildo gefunden, den ich mir reinlaller Ich bin der Dildo Oh Ich hee Please enter your Steam-ID Ich hab da auch meine Steam-ID gemacht Junge, Simpl hat nur schlechter RKD als ich, Junge, fast schlecht Easy und will ich den nutzen Object, HTML, richtet diese Erweiterung Junge, RKD ist alles Junge, ihr habt gerade mehr Tode in Counter-Strike als ich, also seid ihr auch ganz schlechter Weih ??? Alter! Ich find...! Digga, ich hab... ...Lol Jetzt sollte ich 800 Messages haben Junge, Junge, Junge und geballt so viel xp wie tommy und käme zusammen ich habe so die nice premium pop flash auch für apps junge die ist so premium oder wie just kann man bei mir rein kannst du nachschauen ich weiß nicht wie man nachschauen kannst wo rein in cs so nice holy shit du kannst dich gar nicht leise machst du nix junge da macht der just hat mir den scheiß jünger ich hab dir meinen namen gesagt ist kein ist das stimmt stimmt dass er bei der tuster untergetrieben ich hab ja der tuster darunter geschrieben twitch.tv just kind of isus just kind of just kind of fucking game ich bin jetzt in deiner lobby oh nein du idiot jetzt letzte mine finance ich lass mich rein dieses gibt mir schott organizations kobe Das war halt der Moment, Junge. Oh, die kack left! Ist ein bisschen kacke. Jo, ich spiel Faceit mit. Ja man, heiße Sache. Machen wir mal. Ne, da wird halt Fabi-Mumies zerstört. Ich bin so gay. Ja man. Junge ist nicht. No Scope, die vom Server. Hallo Kamerun. Hallo. Ja, Dreamhack. Stell dir mal vor, auf einmal, irgendwann so, ist Fabi so einfach extrem krank. Er war ganz richtig krass, aber Hype ist einfach nur fett. Hab ich jetzt mal so ein CS-Overlay drin? Das ist fucking nice. War das? Nein, was? Nein. Doch, was? CSGO-Info. Steht da was? Geht das? Funktioniert das? Wenn ich auf CSGO-Info drück, dann steht da Your Counter-Strike Global Offensive Statistics in real life as always Aber funktioniert nicht, einfach keine Statistik. Zu meinem... Herr, ne, was soll da kommen? Digga, da soll eigentlich meine Counter-Strike-Stats kommen. Was ist das denn? Junge, das ist... Das ist fucking schwul ist das. Ich soll meine Steamer-ID da einfügen, aber das geht nicht. Ich den Stick... Ah, restart Trusted, Nigga. Ich habe einen Mein-FL, der hat 20 Matches. Ich muss restart Trusted machen. Warum restart... was? Keine Ahnung, das kam gerade. BTF. Junge, einfach facet Level 1. Felix ist halt auch... Das ist ein Bug, der ist einfach 10 geworden und ist eigentlich schon 1 weiter. Aber es geht ja wieder auf 1 zurück. Ja, aber Felix, der hatte ja eigentlich oft echt einen guten Score. Warum ist der Facet Level 1 geworden? Account vergeben? Nee. Und der Kollege von mir? Der ist auch facet Level 1 mit 20 Matches. Wie ist das möglich, man? Ich habe 23 und bei mir ist noch nichts passiert. Perfekt. Weil du auch gewonnen hast. Ja, aber der hat eine 45er Winstreak. Äh, Winstreak. Winstreak. Aber jetzt waren die Matches. Sehr gut. Joinn dir mal nach. Joinn in Lobby. Perfekt. Jetzt tut sich was. Philipp, komm mal in Tabs rein, bitte. Was? Philipp soll mal in Apartments reinkommen. Und stell dich mal so Apps, stell dich mal einfach so Apps, als würdest du Apps reinfacen. Normale. Warte, ich will mir noch eine Weapon kaufen. Normale. Normale Face. Apart. Ach, warte mal. Okay. Als würde ich da unten reinfacen, oder was? Dich gleich abaimen würden. In Apps, als würdest du einfach so Van abaimen und würdest halt gucken, dass da keiner biegt. Warte, bleib mal genau so. Junge, Junge. Wenn die, wenn das ist so, Junge. Wie ging das mal? Ging das so? Ja, sieht man so in der Mitte. Wie, wie geht der Noclip-Bind? Wie? Ja, Noclip. Bind. Ich mach irgendwie immer N und dann Noclip. Taste Noclip. Du musst N, N glaub ich. Oder musst du Nen, Dinger. Achso, oder E bei dir in Anführungszeichen setzen. Hemi, was musst du machen? Ja, well, ich hatte zu viele Dinge dabei. Du musst, ähm, du stellst dich ganz in die Ecke hier rein, okay? Und dann aimst du so, du siehst ja da diesen Holzframe, warte den hier, okay? Ja. Und da gehst du so mit deinem Crosshair, du gehst mit deinem Crosshair genau an die Kante, bisschen links, bisschen rechts von der Kante, weißt du? Und dann auf die Mitte vor diesem Holzframe ungefähr und dann wirfst du einfach. Hey, wait. Hey, was? Kante-Kurva. So ungefähr auf die Ecke hier. Ja, auf eine Kante-Kurva. Achso. Ungefähr auf die Ecke und dann aimst du deinen Crosshair so nah an die Kante wie geht und dann wirfst du einfach. Ja. So nah an die Kante wie es geht, irgendwas mach ich. Du musst da einfach werfen. Nein, Digger. Nein, nein, nein. Du hast jetzt an der Kante vorbeigeht. Nein, nein, warte, warte. Ob ich erkläre ich das? Mach Stream-Kurva. Ja. Mach Stream-Kurva. Ich hab's halt auch nicht verteilt so. Ich geh kurz Spectator-Mode oder wie? Nein, ich kann nicht streamen. Das geht nicht. Oder du gehst Spectator-Mode. Ja, der Spectator-Mode geht schneller. Glaub ich. Okay, ich Spectator-Mode. Jetzt schieß doch genau dahin, wo du in-aimst. Gott, ich hab ja den. Okay, du siehst da das Holz. Aha, aha. Du gehst hier an die Ecke. Ja. Mitte vom Holz. So. Achso, lol. Okay. Dann sind alle komplett blind. Scheiße, Mann. Jetzt bin ich halt tot. Ich restarte gleich. Philipp, geh auch mal kurz zu Spectator. Philipp, du machst schon wieder Lallabacken-Kram. Das ist komplett falsch. So, jetzt guckst du mir zu. Ähm. Haha. So. So, okay. So. Hier. So auf diese Ecke. Und da dann einfach. Appa. Nice Sache. Lol. Ja, okay. Jetzt mach mal. MP-Restart-Game. Mein ich gerade? Danke, danke. Deswegen mag ich den Typen nicht. War das ein Linksklick-Wurf oder? Hier. Das war ein Linksklick-Wurf, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist dieser Topster. Topster, warum ist das mit Topster? Der Typ. Das ist der Screenshot von dem. Das hat er auf seinem Profil als erstes. Easy Global ist keine Haare aus. Clemy, äh, Just warst du. Du Hänger. Geh mal rein, Just. Dann hab ich die direkt weg. Just? Was ist, was ist? Geh mal rein, aim mal ab. Ja, Mann. Oh, ja. Ich seh gar nichts, ich seh gar nichts. Nice. Ich hab die schon fliegen gesehen, aber kein Geflash-Shows. Ja, ja. Keine Reaktionszeit, I know. So. Ja, ich hab die... Ja, nee. Okay, kann man... Kamen die oder kamen die nicht? Ja, ja. Ich bin full gewesen. Wallah, full. Aber ich bin schon raus! Warte! Der war doch mal hol, ihr Kind. Das war... Das war auch... Die war so hoch. Ihr müsst wirklich gucken, dass es passt. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Sag mal, ob die hier passt. Ne, Mann. Ey, aber welche... Die hier? Ja, die ist... Digga, ich bin weiß, sie nix. Perfekt. Ja, okay, weil hier ist so... Ist so ein Punkt an der Wand, dann muss ich mich dumm abschätzen. Hier... Hier an der Kante ist so... Hier an der Kante ist so... Hier an der Kante ist so ein kleiner... Kleiner Kurvenpunkt, wo ich einfach draufkomme. Ja, ja. Junge, da gibt's halt... Junge, es ist halt insane, wieviel Scheiße es hier gibt für Dinge. Ja, Digga. Es ist insane, wieviel Scheiße es hier gibt für Dinge. Ich kann die alle nicht mehr. Scheiße, das ist viel zu weit. Holy shit. Warte mal, ich kann... Könnt ihr mal gucken, ob die bei Door ankommt? Also ich bin da richtig... Ich hab' den Müll gemacht, schnell wieder. Warte mal. Oder ich kann ja auch selber gucken. Ja, die kommt aber an. Digga, was? Digga, was? Ja. Ja, okay, well. Hä, wie... Wie ist denn... Wer hat die andere geworfen? Ich hab' die andere geworfen. Digga, ich hab' solche harten Lowframes auf einmal, gell? Echt? Ja, ich hab' LowFS gerade gehabt. Digga, ich hab' 130 FFS. Ja. Ich hab' den 300. Ich hab' mir jetzt grad auch übergelaggt. Zeig, zeig. Ich will mir wirklich Snifern, dass wir zeichnen die so im Nachhinein besser. Dein jetziges oder... Mein... Mein jetziges. Das jetzige ist halt auch sick. Digga, das ist ja ganz klar. So, wir gegen der Scheiße. Oder irgendwie so... Ich hab' halt keinen Jump-Throw-Bein. Ich find' halt... Ich find' doch... Bei mir ist der irgendwie schon die ganze Zeit... ...gut gebildet. Ich werf' grad irgendwelche... ...randoms und guck' auf die Land. Du musst die höher setzen, da ungefähr. Nein, hä? Warte mal. Ich jump' da immer. Nee, ich muss die noch höher sein. Ah, nee, nee, nee. Ganz oben, ganz oben. Ganz oben. Genau, und dann... Ja, genau. Das ist nicht schlimm. Ja, okay. Ja, tut's auch. Das ist meine Smoke. Die hab' ich nur so. Le Smoke. Mach's Allah, Digga. Machst du die von mir, Clemmy? Was sagst du? Oder ist sie common? Die smoke gerade eben. Die ist relativ... Also, was heißt common? Die kennt man halt einfach so. Okay. Ja, ich hab' mir mal Freestyle. Also... Freestyle. Ist da mit Fabi und Philippis genug drin? Die hier ist halt auch richtig edel, weißt du? Sagen wir, du hast einen Spieler in den anderen, weißt du? Sagen wir, du machst einen Argo. Du stellst einen anderen rein. Junge, den müssen wir merken. Wo war? Weißt du hier, an dem Ding einfach so an der Ecke ungefähr, und dann gehst du ein bisschen hoch. Hä, Junge, die ist voll krass. Ja, moin. Das müssen wir jetzt mehr. Ja, warte, warte. Geh mal ein Ticket hoch. Geh mal ein Ticket hoch. Ja, boah. Hä? Okay jetzt. Hey, Tommy. Wie siehst du das von Cammy? Bist du an das Big Day? Ah, nice. Ja, der streamt. Hä, wie ich dachte? Stream geht nicht cool, wahr? Ja. Ja, dachte ich ja, ich auch. Ja, und geil ist auch noch. Junge, die hier ist auch Phil, äh, Just, geh mal Connector, bleib mal Connector drin. Aha. Okay, die ist so edel. Hier einfach, und dann zack, Junge. Ja, die ist die beste, Junge. Ja, die ist die beste. Die ist die beste. Die ist halt so gut, Junge. Die ist halt, du hast halt keine Chance. Ja. Du siehst ja halt ne Millisekunde und du bist gleich. Ja, du siehst halt echt so. Du siehst halt wirklich nichts. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Du kannst überlegen. Ja, genau. Bester Trick, um halt immer Window zu treffen, ist an der Kante oben. Du stellst dich ganz hinten an die Wand und gehst auf die Kante. Weißt du? Ja, ja. Und dann rennst du einfach rein und lässt dann los. Es fliegt immer rein. Ja, ja. Zu 100%. Eigentlich vollkommen wo ist, wo du dich hinstellst. Ja, ja, ist ja egal auf welcher Seite du bist, aber du musst immer oben abheben einfach. Ja. Ah, ja. Warum haben die die Scheiße hier eigentlich weggemacht? Das fuckt mich auch ab. I don't know. Wegen dir. Ja, Mann. Wie sowas war, gab's da? Da waren so Mülleimer, da konntest du ne geile One-Way-Smoke schmeißen. Ja. Hast du dich hier hingestellt? Ja. Hast du dich hier hingestellt? Ja. Zack, hast du die geschmissen? Dann bist du hier so auf den Müll gegangen, weißt du, Fabio? Ja. Dann warst du so ein bisschen gebrochen. Ja. Dann warst du ungefähr so, Junge. Dann warst du ungefähr so, Junge. Dann klick. Edel. Edel, edel, Negrin. Was ich auch nicht wusste. Bei einem Pro, du kannst hier durchflashen. Ja, das hab ich auch gesehen. Ja, alle machen immer nur diese Flasche hier. Die ist aber auch geil. Die ist halt auch richtig gut. Ja, aber die siehst du kommen und dann weißt du ganz genau, was passiert. Wenn die oben rausfliegt. Oh, die siehst du schon nicht kommen, Junge. Da bist du schon mies weiß. Was ist das hier? Von welcher redest du? Ah, von der, ja. Nein, nein, nein. Just stell dich mal, stell dich mal so, stell dich mal Rampe so off, weißt du. Wie ich mein, sagen wir, dass du gerade so abnehmen kannst auf Sight. Dass du hier so hinguckst. So Default Box, hast du nicht gesehen. Weißt du so, dass du mich sehen kannst. Ja. Ja. Egal, das ist halt. Einfach zack. Ich hab gehört, wie die fehlt. Ich hab gehört, wie die fehlt. Digga, wo bin ich da hängen geblieben? Ich bleib an der Leiter hängen. Ja, okay, okay. Ich hör die halt schon fliegen. Du hörst die, ja. Aber weißt du, das Ding ist, du hörst ja, auf A-Sight hörst du eben und full war alles. Digga, wo kam die denn? Ich bin ja so full. Ah ja, das glaubst du schon was geil ist. Oder warte, wie gegen die? Wie gegen die denn? Ich glaub, du musst sie hier so, so. Ich glaub dann so. Ich glaub nicht täusche. Da krieg ich... Okay. Kann das sein? Nee. Wie war denn das? So, so. Dann. Hier, hier. Ja, genau. So, so, so. Dann landet die Forkollektion. Ich probier grad ne Stairsmoke von B auszumachen, Junge. Fuck, ne Fake B? Ja, aber das kriegst du wahrscheinlich nicht hin, tatsächlich. Digga, das war aber ganz schön knapp gerade, pass auf. Vielleicht geht das jetzt. I'm throwing smoke. Einfach oben drauf bounce. War schon ganz schön knapp, Digga. Vor allem wenn die... Ja, was Philipp, wenn die oben knapp ist. Hä, die muss einmal auf dem Dach. Die muss einmal auf dem Dach und dann Stairs. Ja. Ja, schon. Ich hab halt keinen Jump Throw Bind. Ah, by the way in Faces sind Jump Throw Binds auch verboten. Echt? Echt jetzt? Ich weiß nicht, dass ich keinen habe, hä? Oh, okay. Ja, da bekam ich einen, Junge. Ja, wieso? Weil wenn man das immer zu oft macht, kriegt man dann Bann, oder wie? Ja, nee, aber das Ding ist, wenn du halt zum Beispiel sagen, du spielst irgendein Tournament und du wirst spectated einfach so, weißt du, es gibt ja Tournaments, die werden gecastet. Einfach so. Und du siehst halt einen Jump Throw Binds siehst du eigentlich relativ gut, wenn es immer consistent ist, also so ein oder andere Trend. Ja, ja. Und das ist nur zirken Pro-Games. Die haben das einfach aus dem Sekunden perfekt getimt. Ah, nee, 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 nicht so. Genau. So hier oder hier, ist egal. Nee, nee, nee. An dem ersten. Nee, das liegt an meinem Jump Throw nicht vorhandenen Jump Throw Binds. Ja, ich krieg das Timing halt eigentlich auch schon schlecht. Tatsächlich. Yo, ich muss euch mal die Datei geben, mit der ihr die... Es gibt so ein 4 Minuten Video, da erklärt ihr euch, wie ihr eine Datei erstellt, die euch automatisch einen Jump Throw Bind gibt, jedes Mal, wenn das Spiel gestartet wird. Ja, ja, das Ding ist gar nicht, dass wir das... Das Problem ist gar nicht, dass ich das kann. Ja, aber guck mal, meine ist halt perfekt Connection. Ich weiß ja wie's geht. Nevermind. Semi-Pack. Aber ich find die Connector Smoke eh kacke, weil die ist ein Gap. Ja, ja, die hat oben ne Decke. Ja, ich werf die halt auch immer aus dem Laufen einfach so rein, tatsächlich. Ja, ja. Ja, ja, shame. Ich hau die ein bisschen in die Ecke und dann kommt die Zimmer besser. Wie geht eigentlich diese Mitte Smoke, das so short bisschen abgesmogt ist von hinten? Die geht, ähm... Beim Willheimer. Einfach in die Scheiße da dran. Ja, okay, ich seh's grad. Ja, die müssen wir auch merken. Ja, die ist auch wichtig. Die ist halt richtig geil, weil das Ding ist, die Smoke hat hier ne Gap. Das heißt, du kannst halt Mitte vorpushen, sozusagen. Und kannst dann den Kurzspieler abaimen. Weil es gibt ja viele, die landen halt, weil es gibt ja viele, die landen so. Und dann kannst du crossen, aber du siehst halt kurz nicht. Und was auch, was ich richtig oft in letzter Zeit sehe, ist, dass die Leute so hier ne Smoke einfach reinlallern. Und dann Mitte rausrennen, wie komplette fucking Maniacs, Junge. Und dann hochkommst du da oben. Ja. Und dann schenken die sich da hoch. Ja, ich geh. Ja, das ist ja so'n Fettsack. Was ist denn da ran zu schwer? Ja, du bist der Kack. Was ist da ran zu schwer? Okay, jetzt wer drückt. Ich hab mal gesehen, dass Cam hier streamt. Und ich wollte das auch checken. Und auf einmal wurde ich gegen den Discord gezogen. Irgendwas hab ich mir da falsch gemerkt. Ja, lass mal fest starten. Digga, ich hab fast ne cleanne Jungle Smoke gemacht. Jetzt geh ich kurz auf's Klo. Digga, Filip. Ich hab grad first try, ne mega cleanne Smoke gemacht fast. Was, Kami? Also kurz und nice. Ja, ja, mega clean. Warte mal, starten wir danach. Rundes Dreck. Ja, die ist halt viel zu weit geflogen, tatsächlich. Aber in Facet im normalen Spiel ist das Jumpthrow Bands auch verboten? Ist das Jumpthrow Bands auch verboten? Ja. In Facet was? In allgemein Facet ist das Jumpthrow Bands auch verboten, ja. In der Tat. Und Detekt ist das Anti-Tweet? Nee, nee, nee. Tut's nicht eigentlich. Ich muss kurz Salbe auf meine Wunde machen. Oh, knapp. Ich muss kurz Salbe auf meine Wunde machen. Stehe ich den Weg? Nope. Ja, ich muss die Höhe machen. Junge, ich fliege auch immer in die falsche Richtung. Pass auf. Ich mach jetzt ne Jungle Smoke, okay? Mach du mir ne Jungle Smoke. Das ist wieder kleiner. Terrorist. Ohaha, Kurva. Die kam sogar ein bisschen, bisschen gut an, so bisschen. Bisschen gut an. Oh, 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 oh. Philipp, 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 guck mal wie meine liegt. Guck mal wie meine liegt, Junge. Guck mal wie meine liegt, Junge. Ja, ich hab grad ne richtig gute für CT. Guck mal wie CT gesmogt wurde. CT. Ja, guck mal auf A. Die liegt voll gut. Hä, WTF aber von wo? Ja, die hat ein bisschen Gap unten. Ich hab meine, ist Mockfallalat. Oder ist das die? Junge, wir können hier, lass mal so richtig fett A faken. Ja gut, wenn ihr wissen woher die halt kommen, ist das WTF aber. Kriegst du Damage? Ja. Ich seh so das erste Mal die Smoke nicht gewerft. Wo hat die ne Gap? Ja, hier oben halt. Ja. Die hat halt oben, das ist halt ne One-Way für die Gegner. Ja, aber meine, meine Jungle Smoke ist halt eigentlich schon, schon stark, tatsächlich. Smoke! Ja, die ist ne Smoke, ja, ja. Hab ich gesagt, wir müssen nur einmal alle neu starten, glaub ich. Die Smoke, die man sich aber auf jeden Fall merken kann, ist damit die. Die, die, die ich meine. Die ist halt echt edel, Junge. Du musst ungefähr so zwischen der Mitte von dem Panty hier und dem Ding gehen. Weißt du, das muss ja nicht perfekt sein, ob die jetzt weiter vorne liegt oder weiter hinten. Okay, warte mal. Meine kommt jetzt sick. Meine kommt jetzt sick. Dann hoch. Ja, ich glaub die ist bisschen zu weit vorne gelandet, aber es geht. Auf die Kante, dann hoch. Ich mach heute Abend nochmal schön, einfach wieder Smokes erfinden, das Box sich so hart kippt. Keine Ahnung. Ja, Mann. Mach ich jetzt auch. Erfinden. Ja, das Ding ist, wenn die halt im Kopf ist, also weißt du, das Ding ist, es gibt ja viele Linards, ich wenn, wenn denn, wenn ein... Hey, aber meine Door Smoke, die ist schon useful, keine. Ich Door Smoke? Von, hä, hä, wo ich vorher geworfen hab, die äh, Kitchen Door ankam. Achso, ja. Ne, du mollist einfach... Und der, und Fabi macht die Windows Smoke und dann... sind die beiden schon mal abgesmogt. ExactPrag... Hast du auch dieses ExactPrag, äh... die ExactPrag-Datei, um das Practice immer gut zu machen? Nein. Ne, ich hab ne eigene geschrieben, ich kenn die Commands ja alle. Boah, wo seh ich denn? Wer will mich, wer will mich freuen? Ah, Fabi, Digga, ich bin halt ein Tryhard, weißt du, das hört sich voll dumm an, aber... Ja. Ja, weil ich kenn halt die CS-Commands. Die meisten... Die meisten wichtigen kenn ich halt auswendig, weil ich halt einfach... Weißt du, weil das Ding ist... Früher, als ich noch behindert war, wusste ich nicht, dass man sowas wie Configs erstellen kann, und da hab ich die immer schon per Hand eingegeben und irgendwann, wenn du die halt zehnmal eingibst, hast du die Unlock... Die Low-Scheiße. Unlock, ich hab's immer Unlock. Aber ich hab mir dann halt, äh... Also, Fabi, nicht wundern, ich hab mir ne eigene Datei geschrieben, schnell. Naja, weißt du... Wunder dich nicht. Vielleicht... Wunder dich eine Runde. Wunder... 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 Was lohnt sich da denn? Du hast ein Map-Preset, du siehst deine Elo, wenn du uprankst, wenn du D siehst du sowieso. Das haben die hinzugefügt. Du siehst... Du kannst Maps auswählen, die du sozusagen presetest, dann kriegst du... Weißt du, dann hast du nicht alle Maps zur Auswahl. Ja. Ähm... Digga, der ist Level 1. Ne, ich spiel mit euch. Haberdudel, Digga! Ha! Ich stream-snipe just, Junge. Tunesien, Digga, der kommt aus Tunesien! Der hat 800... Digga... Nein, Digga, der kommt aus Tunesien! Ne... 1.300er... Unser Mate ist Kroate! Die Serbe! Unser Mate ist Serbe! Vielleicht ist hier gar nicht so ein Light! Der Gegner ist Level 5 mit 2000 Matches! 3000 Matches Level 4! Ey, ich glaub das sind Vollidioten allesamt! Ne, der eine hat 10 Matches, es ist Level 4! Ja, okay, aber der andere hat 3000 Matches, es ist Level 4! Bitte, Mate, sei nicht gemutet, weil du Toxic bist! Ja, mach! Ich steh auf Toxic Mates! Ich steh auf Toxic Mates! Ja, weiß nicht! Warum ist er Toxic? Nein, ich hoff, dass er einfach nicht Toxic ist! So... Ja... Ja, die Maps sind eigentlich alle okay, das... Das kann man... Ich würd gern wissen, was... Junge, aber sonst wird immer auf das 2. Mirage... Äh, also das, äh... Overpass oder Mirage gehatet... Äh, nicht Mirage! Cool, war Cash! Aha! 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 Skidi-pup-pup-duu! Und, Bits Overpass! Oh, nice! Ist mir rasch! Ja, damit kann man arbeiten! Ja, damit kann man arbeiten! Ja, Mann! Ja, Mann! Okay, das Video, was ich geschickt hat! Und mit Katja, ich bin noch schlecht! Ja, ich bin noch schlecht! Oh, gut! Mein Package kam in die Mail! Das ist dein Problem, Sir! Dein Package sollte in die Femil! Oh, mein Gott! Ah! 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 Stimmt, ich kann ja schon auf dem Server-Connect nicht... Nein! Nein! Ganz vergessen, dass ich da schon doof kann! Hehehe! Was ist mit den Leuten? Was ist mit den Leuten? Irgendwie... Warum ist das... ... ... ... ... ... ... Denn die zufehlige! B Rasch舒ck! Oh... Boah! Digger, hab ich den gefaked? Habe ich den! Warum mich nicht, ja? Ja, das ist hier Der Frage! Vad? Das ist auch ne Gap! Aber, ich glaub die kann man nicht Gap los machen! Ich glaub die ist gar nicht möglich... Digger ich bin gar nicht in Facet drin! Ich bin Recht gar nicht in diesem Game drin! Ich hab gar keine Lust, Mann! Ich bin Null in CS, und what up guys? Ich bin Null in CS, und what up guys? Ich bin Null in CS, und what up guys? Hi! Hey hey! Beat Tyson! Fuck, fuck, fuck! Come on, come on, let's go! Hey, lass mal, lass mal ohne die Knife, man! Fuck dem! Lass mal, lass mal einen EGF kaufen, mal rein rein! Digga, ich hab die ganze Zeit nur links geblieben! Ah, das ist so'n dicker Block, man, ich glaube nichts getroffen! Ah! Oh, Tobi! Hat der Hits, hat der Hits, hat der Hits, ist die Frage! Ist egal, Tobi wird eh verladen! Nein, er hatte einen Hits, er hatte einen Hits! Nein! Er hatte nicht einen Hits! Nein! Ich hab ihm minus 33 gegeben, oh nein! Nein, oder? Du gibst ja nicht so wenig, warum mach ich? Digga, was ist hier los? Das ist der erste H-Push, oder? Ja, ich hab' den Rush, ey! Was? Wie Rush? Was hat der gesagt? Ich versteh' nicht! Der rauscht eigentlich von jedem, dass der Mike immer wieder rauskackt! Der ist schon wieder ein Microphone wie meine Oma, wirklich! Der hat Staubsauger an Mike angeschlossen! Der hat einfach ein Nvidia-Boist, du! Der hat einfach einen Staubsauger an Mike! Der hat einfach einen Stop-Sauger an Mike! Ja, Mann! Ein solch Faust aus Palace! Äh, CT! Schult, one! CT dead! CT, one, one! CT dead! Ja! Dann ist er nicht weg! Das ist ein Schloss! Connect! Connect! Mache Allah! Neue Sache! War ne leckere Runde, würd ich mal behaupten! Ja, nice, Mike! Yes, yes! Mac-10-B-Rush! Mac-10-B-Rush! Na, oh Gott! Just, fucker! Zweite Runde! Really! Let's go, my brothers! Ne, die haben nicht mal Kevlar! Ich hab' die gar nichts mehr! Stopp! ации Hornlighting. Ich hab' die Jumplade, die Jumplade benutzt eigentlich. Ich hab' die Jumplade gemacht. Die Jumplade, das ist nicht zu sehen. Ich hab' die Jumplade gemacht. Seid! der hat mich einfach aufgewartet die haben die gegründet, sterb nicht drum gegen den just küche einer noch einer, philip jawohl ich muss halt jetzt abziehen er hat aber hits, ich weiß nicht ich dachte er ist links drin, ich dachte er ist links, der ist schon wieder weg ich bin aber so lost gerade, ich bin so fucking lost du hast halt richtig viel money runter geworfen, weil du halt ne acker gekauft hast wer braucht money, wenn er zwei kills hat, grins ok, let's go away denk ich mir auch um die yes, yes, yes i'll smoke jungle haha, jaja, jetzt kommt die steige und spookt digger one is in there no, the push is short pushing, care ok, this is just where is ours jungle one one is in there one is in there wow wow wie, das war fett durch die strung was macht du rush lalala fölalala 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 ach komm, dann kann ich ja nicht mehr bleiben ja, ja, gerne wie, der rush, der natürlich rushe ich, was ist ja, ja, jeder wartet so die denken, wir warten kurz auf cammy, bis er seine smoke reißhaut woher geht es her schau nicht, rein da ich geh nicht, geh nicht aus kurva rein in die ich wurde schön durch die smoke geworfen oh ich wurde deleted einer default tab auf, take it ne, ok, halt auch deiner, ok ich mein, naja ich blege, ah, warte wow ich hab gerade Dings gesmoket was hast du gesmoked? äh, da weil ich dachte, Tommy hat dickkühlt, dass das shot Und unsere meisten Abo, ja. Können wir das langsam spielen, Tommi, du bist mit der Bombe. Wenn du da vorne stirbst, dann ist die Runde weg. Der ist direkt vor mir, ich habe nichts gesehen. Tommi, hast du auf Side geflasht oder? Ja, ja, ja. Die wissen nicht, dass du raus bist, Tommi. Nein, doch, die haben mich gesehen mit der Bombe. Hä, sicher? Scheint nicht so. Digga, die haben keine Ahnung, wo du bist. Junge, ich war so weiß, Next Level. Spiel das safe, die haben keinen Plan, dass du da bist. Ich muss langsam. Wir müssen hier noch recht sein. Hä, warum hat das gerade die Waffe geswitcht? Ich habe nichts gemacht. Oder? Warte mal, ich bild mir das nicht ein, was ich gerade die Bombe in der Hand hatte, oder? Weiß ich nicht. Wie haben wir das eigentlich so verlallert, Digga? Weil Tobi nicht full flasht hat, Junge. Ja, ich habe nicht full flasht. Ja, ich habe nicht full flasht. Ich habe nicht full flasht. Throw me, throw me. Okay. Smoke! 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 Er smoked jetzt jemand mit? Nein! Out! Connector! Warum smoked in keiner Mitte, Digga? Wollte ich. Ja, hat halt keiner gemacht. Wo geht man hin? Ja, einer ist der ist. Drei Mittel, drei Mittel, drei Mittel. Boah, die Flash! Ja, gehen wir mal hin. Warte mal, wo gehen wir hin, lass uns mal zum A gehen. Ja, einer ist Hälfte A, denke. Boah, das ist richtig schlecht, Alter. Ja. Zumindest hat er keine Reaktionszeit. Wollen wir dann machen, Mann. Ah, das schillt. Oh, na. Schillt. Und, guck mal, wie heiß der Scheiß. T-Trick. Oh, shit. Acker, acker. Nein. Boah, das hätt ich sogar machen können, also nicht klatschen, aber die beiden holen, hätt ich machen können. Hätt ich aim gehabt. Hätt ich aim gehabt. Hätt ich aim gehabt, ja. Ja, Junge. Beispiel worn ist schon, ist schon schwierig. Mit ner Tiege, also, naja. Jetzt hätt ich ja nur können. Ja, doof. Du musst die verkaufen, weil ich keine Kohle hab. Das ist halt, erste Runde da, da muss, da darfst du noch nicht sitzen. Da darfst du nicht sitzen, Junge. Mach's jetzt. Das ist noch schnell. Was, per Lift? Käm hier unten. Alter. Die sind nicht kacke, Jungs. Guter ist, jungs. Diert, einer hat die verraten. Holli! Da kann der Stast. Er kann nie mit dem hrn Vols einen AT geben. Wurder hat instant geklickt. Immer noch. Doch nicht. Wurder ist gekommen. AAKH. Immer noch. Ah, der ist Hälfte. Einer andere war noch, aber das ist wahrscheinlich der Tommi, oder? Vielleicht werde ich gekillt. Ja. linke seite der mit dem der letzte hat mich gekillt der hat 27 also gefressen der hat jetzt muss ich weiß nicht war zuletzt an der aber das ist schon am anfang der runde gewesen ja das ist nicht schlecht der typen die typen der ist level 12 ach komm einer von denen ist supreme mit 80 kompetitive wins also ich weiß nicht wird wahrscheinlich verkaufte accounts auf die auf die flash gehört sie haben alle so unterschiedliche kopie leer aber sind hat facet accounts der spiel ist reingepusht ich habe es glaube ich gucke es mal ja das bei der guckner ist sie weg ja dass das irgendwas anspielen ja ich bin nach dem game erstmal kurz weg ich komm wieder zu gesteppt das ist big time waste was ihr hier bringt ja ich weiß ja der ist obendrauf warum sieht er mir nicht oben drauf wo oben ja genau links neben den boxen weil er ist kein mentel was war der er denn ah nein ist das aim philip schutz schutz brauche ich ja es hat der linke schießt immer noch vor direkt als u-low zwei appell ich weiß ja wir haben nichts gemacht wir sind halt alle verreckt ja auf fucking idioten basis alle verreckt ja das war halt schon also bis 30 sekunden in der mitte chillen ist halt echt dumm der mate hätte der mate hätte kommen müssen ich bin nur verreckt weil der mate nichts gesagt hat der war halt auf der rechten seite rechte seite mittel hey gut hey gut hey gut hey gut ja warte kann man nicht waschen haha hey gut der mate hat sie nicht geholt er hat schon rum wait wait for a mate short one ich kann nicht absmoken sondern kurz steht ich bin flash in under ok let's go der typ digga die cheaten doch rein ich kann eigentlich nicht platschen zeit noch einer noch einer noch einer noch einer auf den steppe oh fuck joi ja der hat stark gespielt auf ihrem thema 2 5 jungen die rasieren uns komplett 4 4 4 ja nein jungen die haben aim das krach ja du kannst nicht mehr du kannst nada ich renne einfach raus ich kann nichts ich hab eine flash gekauft Ich lauere einfach nur raus, wenn es nur in den Gründen wird. Bitterstrecken! Wo war denn Justus? Digga, hab ich den kurz geholt. Nice Justus! WTF wir gewinnen! Es ist noch einer kurz. Ja, ich 12 AP jetzt. Ja, lol. Kurze Zeit! Okay, Tommy. Tommy, du hast Kevlar, warum? Der Tommy immer Geld hat. Ich hab dem einen 106 in 7 gegeben mit meiner Glock. Ich bin einfach nur in den Reinen geraten. Was machen wir? Wir können... Let's take Miss Control. Easy, Digga, ganz entspannt. Los mit ihr, ihr Vollidioten! Ich war voll. Sorry. Als ob ihr die Flashes nicht gesehen habt. Doch, doch. Nice. Nice. Jigga, der F*** gesehen hab ich sie. Der war voll weiß. Aber Hallo, Justus, da ist einer auf A! Aha. Connector low, Connector low. Nice. Doll, der ist Close Connector. Ich komm schon mal. Warte, warte, ich mach das mal. Ah, boit, boit. Muss ja. Dann gehen wir A drauf. Oh, ist die Scheiße? Ah nicht. Ah ne. Oh Gott, Gott. Aber doch, glaube ich. Ich glaub ich nicht, du hast ihn. Ah, Pärdus, 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 Pärdus. Er ist 500. Er rennt. Er kann mit rausgehen mit zwei Dings. Ich nehm mein Messer in die Hand, rennt los, der kommt. Junge, er kann mit den Rand rausgehen mit zwei Dings. Ja, Junge, das ist insane. Ich geb ihm sechs Ticks mit dem? Nein, er hat uns Rennen gegeben, Junge. Er hat mich grad auch gegeben. Der hat mich grade auch gegeben. Da glaub ich nix Boah, Philipp Big Block Ja, ich... Zwölf, Junge! Sein Profil lädt nicht mit zwölf... Nee, 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 halt, stopp, Junge Da ist der's Das ist wieder einer push Smoked dem Connector ab Digga, aimt halt nach wie vor Connector rein, du Vollidiot Ja, halt Connector Eben ist leider noch nicht Eben ist leider noch nicht Flashback! Einer ist da, ich seh ihn halt nicht Wait, äh, Jungle, Jungle Stay upstairs, chill, 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 chill Wo in die Jungle? Wo ist der? Ich seh den nicht Einer aufs Tide, hinter, hinter der Box Jungle dead, jungle dead Das ist ne Fick dich mit ne Legal Bank Dad, kommt hier Oh my god, Alter, hab ich Nice, noch einer Jungle, Jungle one block Einer war, der Panzer hab ich gekillt Okay, okay Shitty, Shitty, Shitty Der Fick mich komplett in der Hälfte Unser Mate braucht nix, einer Connect, dann Jungle Jungle Halt, beide da Beide da Digga Hä, Philipp, was machst du denn schon wieder? Philipp, Philipp, das war schon wieder So nice geaimt und dann kommt der L.E. raus Digga, weil Genauso wie davor immer auf Knife wechseln, warum? Digga, du hast ne volle Waffe Digga, sei herum Ich hatte das Gefühl, dass die gleich leer Jetzt gehört sie gleich leer Ja, die war auch gleich leer, aber du hast Pistil Ja, Junge Get under Terrorists, win Digga, der erste Mal Wenn ich halt so lange brauch den zu killen Dann denk ich mir im inneren, was bist du für ein Huren? Gib einfach auf, du Wichser Ist halt scheißegal Ist halt scheißegal, so Das war als sick geaimt schon wieder, aber Angewohnheit, die uns zwei Runden schon gekostet hat, Junge Keine I know, ja dann hör auf Ich mach irgendeine random Seht die vor, wo ich keine Ahnung hab Amos, Amos on point guard Also jetzt mal no joke, Alter Es geht ab Ja ne, Philipps Amos Tickt mich Digga, der spreadet auch geistig behindert Einer unterstärken Warte, dann smog ich doch lieber zielte Wow Okay, wir gehen nicht A Digga, das ist der mich hier schon Nein Nice Und den Echo Vielleicht doch, da bleiben die Nein, doch nicht Ich fäll alle komplett Wich woanders zum Glück Einer ist onside, Ulo Da musst du Einer ist Jungle Ich hab den Mc10 Ich muss ja weg Ach, warum stehst du den Mc10 in den Mitteln Ja, ich hab gedacht Wenn ihr pusht, dann komm ich hinterher Und dann seid ihr halt beide verreckt Digga, der Typ mich einfach jungle gepusht Äh, komplett losgepusht hin Okay, sollen wir gehen? Also B Okay, du bist ein bisschen weiter nach vorne Ich mach dann gleich ne Flash rein Er kann schon rein jetzt Mh 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 Ich hab diesmal die Flash schicken Ah, kurz Ah, kurz Ah, kurz Ah, kurz Okay, lass sie erstmal holen Ja, kurz Ja, kurz Ja, ist doch Ja Ich kassi die ganze Runde nur Insane Hits, Alter So Philipp Hits, grad Ich hasse Bomb Äh, Bomb Ich hasse B Lass halt n Irgendwie die Pushes haben gegen die immer gut funktioniert Ja, kurva match Wir haben schon wieder kein Geld Ja, das richtig Aber das juckt mich nicht Okay Forsten wir halt wieder runter Let's go Digga Ahaha Wie jede Runde Digga Smoke Nice Stand noch bissle lauter rein Ist kein Problem für mich Jaja Andere Molito Oh Oh Die haben ja AWP Ich werd hier 10 Jahre warten Dann werd ich den noch mal facken Jungle AWP He saw me Jungle AWP hat mich gesehen Digga Ich bin facken I'm throwing smoke Der ist ULOW, Mann Es geht nichts rein Auf diesen facket Oh, bin ich voll Ah mein Short leather room maybe Ich bin nochmal so weg No, no, I'm still short Was anders nah Weil Ich will die AK Warte, ich geh vor Lass einfach machen Scheiß auf die Hm? Fuck auf, Bombe ist weg Jungs Ich sag's nur Da, noch einer Short den Jungle Short den Jungle Short den Jungle Short den Jungle Wenn ihr den auf Aseid holt, dann Geht doch, geht doch da raus Gehen beide weiter vorne rum Geht doch vor Ne Runde vorbei ist Und dann so 5 Leute aus ihren Leuchtern kriechen Also Haben wir Cash Ja, wenn sie haben wir nicht auf, klar Oh ja, wow, jetzt ne Diegelrunde wieder Digga, ich hab gefühlt jede Runde ne Diegelrunde Weil ihr immer Geld habt und ich nicht Ich hab aber auch immer, ich hab 3 Diegelrunde oder so Wo liegt die Bombe? Bei der hässlichen Entschuldigung Wo liegt die Bombe? Bei der hässlichen Entschuldigung Küche kommt Küche kommt Küche kommt Ich wär rosschelt da so Digga Fabi Yo Mike Noch mehr Küche Habe ich aber Ruhe Digga, ich hör den halt nicht Digga Ich hab schon wieder so Schönen One Kill passiert Digga, ich hab schon wieder so veraimt Weil ich wusste wo der steht Entschuldigung Fabi Alles gut Ich wollte halt schon nix sagen Du hast halt schon clean gehört So aber du hast halt einfach geschossen Wie ne Brezel Äh, Just, ich hab den nicht gehört Dann hast du was falsch gepegelt Dann liegt das schon eine Kettitte Dann hast du irgendwas falsch gepegelt Weil man hat den clean step gehören Digga, ich hab den clean nicht Ja, aber ich hab Fabi Ich hab Fabi sowieso immer auf minus 250% Digga, natürlich hab ich den step gehören Ich bin ja nicht blöd Aber ich wusste nicht wo Du hast Cash und kaufst den illegal, Junge Digga, was? Ja Ja Der Typ ist so insane Mann Die sind alle echt gut Die sind wirklich alle echt gut Schaut Das ist echt geil Echt mal im Match wo ich sagen kann Die sind einfach besser Als, als wir Schon nicht Das ist daran zu urteilen Dass der Typ dich Dass er dich Digga I don't see Palace, sorry Nice, man Lass hochpushen Ich mach dich Ich wurde grad von Level 1er gefickt Ich mach dich Der hat aber auch 800 Matches Ja Flash A Nice Der hat zu A raus Ich geh A raus einfach Digga, die A-Kart leer Oh, Rampe Boah, ich hab nicht verkackt mit der Ich hab nicht verkackt mit der 1er shot Ach man Was, short? Ja kurz 1er shot Fuck, hab ich die smoke verkackt Short und Rampe, das? Mhm hol den kill lieber du hast keine bombe jetzt musst du die bombe ich würde ja die bombe jetzt hast du blind den scheiß der kurz Geht's hier rein? Nein, nein, nein! Der Geil rennt halt echt einfach rein. Junge, dass der da schön connector gerannt ist. Ich bin gar nicht gebraucht. Wäre er ein bisschen schneller gewesen, hätte er dich halt easy kurz umgeschnitten. Nein, nein, nein! Kann ich B? Ich würde B mit Molotow spielen. Du kannst Armour kaufen, wenn du willst. Molotow. Was ich halt nicht verstehe ist, wie der HMS mich umschießt und der Jukchi auch. Die haben beide über 100 Pink. Das labert ihr mich voll, Digga. Wie schießt ihr mich um? Das ist einfach krass. Ich bin doch in 411. Zeit. Was soll ich mit? Arm, ja? Da war Timing. Der Typ hat mir gerade 0 Damage gemacht mit dem Hit. Lock durch die Wand. Da war der One-Tap. Ein schönes Ding. Ah, oder? Ja. Ah, einer der Hit. Rampe war noch einer, aber ich weiß, wo der hin ist. Der ruft hier auf jeden Fall hin. Der ist mit raus mit Bombe, alle beide. Verneigt er. Warte, warte, warte. Der hat so langsame Reaktionen. Digga, unser Mate ist richtig langsam, gell? Aber ich fang mir halt schon wieder ein Brett. Der aber auch, Junge. 4 Meter wieder. Jetzt hoffe wir gerade gegen 4 einmal verkackt haben, hä? Ne, das kann gar nicht sein. Ne, der ist gerade einer gegangen. Wurde gekickt wegen AFK sein. Ja gut, aber das war ja Anfang der Runde. Oder Mitte Runde. Ja, das war gerade eben, wurde der gekickt. Ja, das meine ich ja. Die Runde davor war ja da. Ja, dann haben wir ja nicht gegen 4 verkackt. Ja, ich weiß. Deswegen frage ich mich, warum der gekickt wurde. Nach 2 Sekunden gefiel. Haha, ja, echt so, gell? Hä, vielleicht war der Fall. Achso, ne. Ja, ich weiß, was du meinst, was du meinst. Aber, ja, keine Ahnung. Ich weiß, das sind eh die Server, die Retake Server oder so. Du guckst zu, gell? Du guckst gerade einem einzigen zu und kannst nicht switchen. Dann steht da, you will kick due to inactivity. Hallo Digga, was kann ich denn machen? Was ist denn mit euch? Soll ich jemand anderem zugucken, oder was? Soll ich in real life bisschen rumrennen. Haben wir alle einen krassen Score, Mann. Nicht? 0-0-1-1. Habe ich den besten Score. Nö, Tobi, du bist aktuell absolute Maschine. Digga. Legit wenigste Frags aus dem ganzen Game. Ich bin aber auch immer insane gestorben, Mann, gegen die. Ihr kassiert doch bestimmt auch so übelste Knicks. Diese übelsten... 3 Leute. Ah, ich kann nicht mehr mitverpeaken. LOL, ich war flasht, der ist mir reingerannt. Der ist ein Hapfuscher, Alter. Piek doch mit de... Oh lol, du bist smokey, okay. Chill. 3 Aches. Aches. 1 Aches. Hapfuscher, Alter. Aches machen lassen wir. Aches, 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 Aches. Na mal Aches. Ja komm, der ist los. Ach gut, das ist so ein Aches. Aches, 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 Aches. ja tommy vielleicht ist das dein fehler du spielst bissel wie ne pussy gerade weißt du just so was funktioniert hat das was du machst funktioniert ja eigentlich das was just macht funktioniert halt ab einem gewissen level ja aber da spielen wir halt gerade nicht deshalb kann ich das bringen ja aber genau so zock ich halt nichts aber nicht mehr zu sein mit der einer hinter den boxen schon raus habe ihm hit gegeben ich weiß nicht dass ich bei irgendwo ja ein oder zwei beide hit in a oder sind beide hit ja ja es ist noch einer der ist aber ein vollidiot ohne ist der ist der ich defuse ich defuse ok mach du das war so fucking low von dir cami defuse und du guckst einfach in die smoke zu cami statt zu decken ich wusste nicht dass cami einen defuser hat ich hab immer einen defuser ich bin doch kein idiot wir rennen ja gleichzeitig zu bombe ich wusste nicht wo die liegt ich wusste auch gar nicht wie der noch connector stehen kann ich fand es halt geil wie wir beide kommen ja der stamm schreitende smoke oder so defuse übrigens ich konnte nicht aus dem smoke weil ich geblockt wurde von von cami ja mies gelaufen blätter auf jeden Fall richtung chair steht ja chair ich brauche helfe ich brauche helfe ich kann mit dem mal wieder nicht peaken ich kann mit dem mal wieder nicht peaken ich kriegst der collector der collector ist okay schritte fink ich sehe halt ich ich fand ich ich fand ich ich hab ein connector das ist ein bisschen no scope der ist connector oben der ist da ist er ist unter der ist so kacke 1 gegen 1 serbia steam level 0 wir gucken doch mal ganz kurz rein der gegner steht vor was ist das denn hier spiel vor connector den hatte geholt da war eine smoke nein du gehst nicht glaube ich dir nicht glaube ich jetzt nicht das glaube ich jetzt nicht ich höre auf das spiel zu spielen ich verkaufe wieder alles was ich gekauft alles ich höre einfach auf Junge nie wieder spiel ich das niemals wieder Junge wir können einfach nicht mit so Idioten spielen, das wird ja nichts Fabi, come ahead die Runde wäre einfach so easy gewonnen gewesen ohne dass eine sterben ich kann nicht, ich kann dir nicht helfen kurz kommt bitte nicht peaken shot, tap er hat sich hinten digga was shot, shot der ist immer noch low der hat einen kurzen der hat einen kurzen linke seite ach komm der ist immer noch low ja digga da ist keiner low ah doch ich weiß gar nicht was hier alle labern Junge natürlich ich weiß gar nicht was Philipp da macht hey das kann einer noch in fucking ja ich geh aber gleich auch voll pissen weil das ist einfach zu low hier gerade das ist gemäck in der du einer low immer noch 30 AP nicht mal immer noch ich glaub der ist hinter der Bench oh nein ja ich wollt grad ich hab meine Hand gerade runtergenommen ich glaub du warst halt schön drauf ich geb ihm halt 88 in 6 mit der Farmers da war nichts in der Nähe kein Wallbank kein nichts einfach clean in seinen Body rein 88 in 6 digga ich kann mit dir nicht nicht peaken nochmal ein drittes Mal das Bedürfnis verspürt zu disconnecten man das ist mir dumm bleib ich weg deswegen deswegen mag ich mittel nicht peaken digga dann bleib ich weg er schießt mich mit 120er ping zur Hölle einer voll connector ich bin tot Ruhe Spawn klickt mich schon wieder digga ich veraim komplett der läuft da rum wie n Hufzohne oh Pell ist jetzt raus Fs is clear einer ist Hälfte Card reload ist ok ach digga ich kann nicht da rein alter ihr könnt mir doch nicht erzählen dass sie auch nicht so kassiert oder du bist ne Hurensohn du bist ne Hurensohn Teil keine Zeit sie ab sie ab sie ab dann weg Digga die einzige Runde in der ich keinen Kit hab machen sie so'n Scheiß ja laufest du halt ja doch schon Tommi natürlich fangen wir uns aus so aber da waren halt parallel auch ein bisschen Kills noch hä wenn ihr instant kassiert so wie ich ja halt nicht du bohr ihn Junge er gibt mir halt komplett mit 10er Klick wie jedes Mal Tommi so läuft gehts mit mir eigentlich immer zu Digga ich hätte halt auch schon wieder fast Nies kassiert hätte er sein Besser nicht rausgeholt dann hätte er mich zur Hölle gejagt Tommi ich hätte 5-fach Klick kassiert fucking Flasher weil das so Spaß wär ETHOS schlägt schon Fangen wir auf Ultra den Callback Archer Junge das das mein ich Alter ich reporte ein What? Ah der ist schon ein Connector man wer da keine Connector ich report den HSM jetzt mal ja wer wohl Orange Der HSM hat mir schon wieder einen One-Click gegeben Ah Jungle Mann ist wieder Hallo Digga Ich glaub der Cheatet irgendwie was zum Fick Au Jawel Warum? Bei mir stand der halt da richtig offen rum der bewegt sie nicht mal und ich drück ihn halt kurz mit der Pharmazweck Das kann doch nicht sein dass ich nur One-Tap Ja Ja der HMS ist auch richtig komisch der wird ja 30 Kits Der gibt mir nur One-Taps weil der hat 60 weißt du mein Problem ist halt dass die alle ne Hyping haben Außer der Buzzman Buzzman Rampe kommt Alter holy shit Rampe raus was was Keine Lust Digga ich hab keine Lust mehr ich bin weg I don't want it I don't want it Vom Bridge könnte die eigentlich immer Weil ich komplett allein da bin ich peil des nicht Jungle Frisst richtig Junge Nice War der mit Hits Oh Oh Nice Nein Mies Weil keine Ahnung was Philip da gemacht hat ich weiß es nicht Drei Leute kommen Rampe raus das lag gerade in der AK und dann pushen die sich halt um Ja Pushen mich halt alle um Der Stay Down schreibt der 120 Pinkpicks mit Bretter Jesus Ich hab den erstens mal gebraucht Ah fliegt schon wieder ich sehn Scheiß Ich hab bitte wieder in Ich hab bitte wieder in Ich hab bitte Support 2A Support 2A Support 2A Ich hab bitte Okay Wart man mit? Noch einer Der wo dicker? Der Typ hat so Cheats Das meine ich doch man Ja der hat an Der ist real Scheißegal Üben face das Ich hab keinen Plan wo das steht der geht mir komplett durch Smoke Keiner ist auf B Ah auch nichts Also Ramp Nicht rein Aber nicht durch Ich hab das Ramp Raps ist gut Noch einer? Nein Junge Philip Junge Philip Ja Heute einfach Gottes Aim Ist es halt so Diese zwei One-Clicks waren geile Also halt Geil Junge Schön Jetzt hättest du den letzten nicht so Ja Dann wär das richtig der nice Clip gewesen Meine fressen halt einfach ultra viel Ich geb ihm 110 und 5 mit ner M4 Ich hab halt dort nichts 110 und 5 Ja dann einfach lag der M4 Das fuckt mich auch die ganze Zeit schon ab Ich geh 5 Millionen zu Ich geh 5 Millionen zu B komm B B B I can't look mate Mit Nein Der rennt durch Für den Vorderkopf Nein nicht alles Nicht alles Nicht alles Ich geh wieder Ich geh durch Kurz ist durch Ben 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 Ich geh Wir haben den Mail dabei Bisschen wir nicht gefaut Da Core Shot Shot Fight Noch einer Shot Flash Flash Wir gehen zu mir Wir gehen zu dir Oh nein Ich fahr ey Mein raus geht nicht Der slow Digga hab ich das verkackt Sorry man Der hab ich das verkackt Digga der Mate ist so bad man Ich weiß nicht ob hier noch ne AK liegt Ich kann nicht mehr geben Ich kann nicht mehr geben Ich kann nicht mehr geben Wo bin ich gestorben Ich hab kein Geld Ich kann nicht droppen Komm her Ja Okay Kann ich auch mal mitte bisschen decken Weil ich werd ja immer so geklickt auf mitte Das Alter Ich hasse mitte Ich hab acht Das ist Ich komm direkt von AK Ja Ja Der Mate geht eigentlich Ich weiß ja nicht was der macht Ist Ich hab den Haas Ja Ich helfe dir Ich hab keinen Weg für dich einfach Ich bin Ich bin Noch zwei Topmit Noch zwei Topmit One more Du musst du eigentlich Eine Deagle auf Ram Drei Topmit Noch zwei Topmit Letzt mal Topmit Ach komm Ach ich bin so geil Jetzt bin ich mit meinen Achter sitzt Ach siehs Ach siehs Ach siehs Ich peile halt nicht wie du so viele Assists hast Ja ich hab an Scout Als wir an dem Mitte gespielt haben beide Hast du Halt alle low gehittet Also andersrum Ich hab sie Einmal mit der Scout angehittet Dann hast du die gefinisht Ich habe ihn mit dem Halt alle Halt alle Halt alle Ich verace Noch einer Noch einer Ich brauche Hilfe Ähh Connect Under 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 vielleicht Einer ist irgendwo Palace raus oder so Der ist A-Hunt's IT Er hat mir einen Jump gegeben Fuck Es gibt auch nen Report Was musst du nicht sterben jetzt? Okay, ne, das gibt kein Report. Oder was? CT. Immer noch Bombe. Sonst die Bombe? Okay. Ja. Ja, der Hammerdoodle. Manchmal drückt ihm... Weißt du, was ist der Level-Einser-Spieler? Mit 800 Games. Ja, ich glaub nicht... Ganz, ganz weirde Typen. Allesamt. Der hat doch... Der war ja auf Palace da. Aber... Dumme Waffe gekallt. Der war grad... ...offen. Ich sag's nach der Runde, okay? Komm, okay. Alles, alles. Alles, Digga. Einer. Bombe ist A, Bombe ist A. Oh mein Gott. Okay, komm. Ne, da ist was Blip hier. JOL! Wie hab ich den denn? Schönes Ding ist mit dem A. Warte noch! Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schnellt. Okay. Ich halte Rampe. Es ist schlau, zurückgehen. Immer noch Rampe. Ich seh gar nichts. Noch einen, zwei Rampe. Rampe legt Sandwich. Äh, A will legt Sandwich. Ja, ich peil nicht, wie ich den da durchgeholt hab. Philip. Also, okay. Wo hast du denn gekisst? In Palace. Ich hab random in die Smoke geschossen und hab den durch die Wand geholt. Und ich hab schöne Assys bekommen, weil er eine Atomlaid gefangen hat. Der hat... Also, ich war im Jungle drin mit meiner Orm. Der war Palace. Das On-Squad gejunked. Im Jump hat er mir. Ein Deagle One-Tap gegeben. Digger. Was ist das? Was zum Fick. Lucky Bastard. Räufig. Ich geh zu Cammy. One more B. Fucking low. Really low. Ja, Bombebe. Ultra low. Hat so gefressen. Mindestens 4 Hits. Ja, das war der. Let's have the attacks. Oh, okay. Verdammt. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch. Oh, Junge. Geil. Schön, dass ich ne AK hatte. Die sind mir so reingerannt. Es gibt ein Overtime. Wie viele haben wir? Es gibt ein dickes Overtime. 20. Mal gucken. Nicht mal gucken. Ich hab Cash und ein Ende. Ja, dann geben wir's aus einfach. Same. Gears up. Ja, ich hab's schon alles. Gears up. Ja, ich hab's noch mal ein bisschen vor. Just, du hast glaube ich jede Runde in ganz CS History. Was du besser für... Bessern Spawn gehabt. Ja, wo steht das? Topmit ist ne Aave. LOL. Was? Guckt Orange? Wursch! Das gefällt aber auch nichts gerade. Ja, weil wir ihm aber auch nicht callen, Mann. Ja, mein Mike geht nicht. Also Mitte ist nicht gecovert. Der guckt nur kurz. It's the Injury. Ramp war was, Gaming. Nein, Ramp hat gemodelt. Geht es nicht? Das war doch noch auf Ramp. Der kommt. Halte Steps. Rampe noch einer. Rampe up. Oh man, fuck. Aber auch schon... Ja, okay, das war der. Da liegt ne AK bei mir. Oh, okay. Ja. Okay, irgendwo liegt sie. Bling, don't smoke. Das war mit Clear. Oh, es ist oben. Alles, Digga. Alles, Last. Einer. Bombes A, Bombes A. Oh man, alles A. Ich bin immer echt zugelegt. Cammy, du auch, ne? Unser Mate, bisschen. Die ganze Mate gar nicht. Warum carryen wir eigentlich immer unsere Facet-Mates? Immer. Nicht einmal nicht gefühlt. Ja, weil wir hier Idioten-Ado spielen. Unser Blau. Warum? Ja. Ja. Wahrscheinlich. 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 Let's go. Because they're toxic. Ja, wenn die Toxic sind, dann ist das halt clean. Rampe ist schon oben! What? Hat den Gott gespawn? Ander, ander, ander. Ander, ander, ander. Ander, ander, ander. Ander, 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 ander. Ander, 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 ander. Und eine Runde. Alle, ander. Biff mitten Schämen. Can I Our John, you're dead. Connecting. Lamp, I mean Columnage, Seymnage. What? What the heck, Alter? What? Did it! Ein und leg! Guck da weiter! Boah, das war aber drauf! Das hat alles mit dem Arm zu tun. Oh! Junge, Cammy. Ich hab gefühlt genau so ein Glück vorher im Palace verteilt, Junge. Der rennt da raus. Direkt ein Glück weg. Boah, ich hab Cash. Ja, ich wollt A bespielen. Das Ding war, ich kam halt nicht mal irgendwo hin. Weil der einfach schon draußen war. Nice. Ja, der war halt schon vor deinem Molotov. Da war's hinten. Safe. Nichts gesehen. Redaktor ist abgemordet, bitte. Stellt. Ah, P-Pedliss. Äh, was ist P-Pedliss? Sorry. Äh, wie heißt's? Flasher nicht. Moment, schlägt euch. One, stop me, du. Ich seh nichts. Kappe kommt. Nice. Einer war abs, glaub ich. Wenn ich mich nicht verstehe. Ich glaub einer war abs. Okay, still doppelt. Vor Connector, dead. Einer ist Tetris. Der ist sandwiched, glaub ich. Noch einer dahinten, der ist angehltet. Ups, absolute Maschine. Einer von denen ist angehltet. Ich weiß nicht, ich geh hinter beide. Ich will's nicht callen, ich weiß nicht. Ich geh nicht. Nice. Letzter Unknown. Ja, der hatte vorne Orb of Metal, glaub ich. Top-Mid, Junge. Ja, das ist er immer noch. Ist er safe, Top-Mid? Ja, aber ich reporte das ganze Team von denen. Ich reporte alle. Ich reporte die linke Seite, Top-Mid. Also, in den Boxen. Ich hab leider das Gefühl, dass er einfach... Ja, wow, die Scheiße. Jetzt der Orb of Metal. Das Gefühl, einer von denen ist scheiße und die beleidigen den ja richtig weg. Deswegen trollt er das nicht. Soll ich reinpushen, Tommy? Ja, ja, denk ich auch. Ah, wir sind tot, wenn wir da jetzt hingehen. Ich sag's. Ja, ich snick, ich snick rein, ich snick rein. Ja, dann, ja. Ja, wir müssen auch nicht unbedingt wegpushen. Naja, ja, ich hab genug. Ich hab genug hier, Alter, alles gut. Ja, er ist da wirklich. Du pushst ihn. Ich bin nicht tot. Das hat belohnt dafür, Just. Das check ich bei dir nicht, Alter. Ich glaub, du... ... bin ich nicht ausgestaffelt in dem Gehirn. Wofür werf ich... Können wir nicht nur mal draufgehen, müssen wir wahrscheinlich droppen nächste Runde. Was? Wenn ich nur mal draufgehen, müssen wir wahrscheinlich bleiben. Okay, ich report einfach alle fünf. Mach mal einfach so. Okay. Ja, Digga. Die Held, vier report ich fürs Brief. Äh, Ramp ist was? Ne, oder andersrum. Check kurz mit Mitte. Und D, eine Mitte, Junge. Ja, auf den Dack. Später, Mann, Wolli. Einmal mit Dead. D, fliegt was? Guckt, auch Ramp oder so. Tetris schon, oder? Yes, Offside. Offside? Ne, 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 ne. Aus Palace raus. Aber der Stat. Sieht es bei euch aus, B? Ja, jetzt ist keiner Mitte, Digga. Entscheidet euch. Scheiße Kotter. Scheiße Kotter. Scheiße Kotter, Waffe. Der Rampe! Das Timing. Schöööne Sache. Schööne Sache. Ich werde gleich zum Glück, Alter. Ah, noch in der Rampe. Letzter Rampe. Der Damage kassiert. Von Feuer. Junge, hat der dich kurz hops genommen. Du hast halt clean nur seine Füße sehen können. Ich verstehe sowas nicht mehr. Ich habe jetzt 28 Kills. Tommy hat auf 18 aufgeholt. Digga, ich verstehe es nicht. Ja, bis auf Damage. Wir haben die letzten 8 Runden straight gewonnen. Alle in Folge. Junge, bei mir liegt am Ende. Digga, wir haben halt echt den... Oh, nein! Hä? Das mach, mach. Oh, no. Fuck me. Was? Wir brauchen nur noch eine Runde. Ich habe gegen die geschrieben. Fuck me. Wir brauchen eine einzige Runde. Ja, das kriegen wir hin. Smoke schnell ist das. Okay, vielleicht nicht. Nice. Guter Entry. Wir haben uns halt gegen die Portage. Wow. Smoke aus. Ich bin... Ich bin Smoke the Palace. Ich kann nicht raus. Bitte mach keine Scheiße. Windu. Ase haltbar was. Der ist... Der ist Under Palace. Einer ist Under Palace, ja. Late gefangen. Under Palace, ne? Ich bin... Ja! Ich bin auch... Danke, Justus, dass wir... Gentle Loop. Bitte weet! Hey, jetzt... Hey! Packt! Die ersten cannonshen! Ich bin positiv geworden. Digga, wie haben wir das noch geholt? Junge, die haben mir das auch reingeschissen. Digga, der kriegt Most Enemies flashed, weil er sonst nichts gemacht hat. Ich bin nicht mehr Topfraker geworden, kurva. Der match has ended. Ja, stark von dir, Philipp. Philipp, dein Aim mega nice, dein Lost Level 101%. Ja, okay, aber das war auch nur an der einen Stelle nice. Du warst halt. Es ist aber nicht mal, es ist nicht mal wirklich Lost, es ist einfach... Ich call's mal Muscle Memory, Junge, ich hab ne Angebote halt. Ey Junge, weißt du, wer mir grad geschrieben hat, dass er Face zockt? Also ein netter Ruski. Echt jetzt? Zu lang brauchen wir mal zu killen. Ja, der war schon ein bisschen Lost, das ist das Ding so. Aber er ist nett. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt erst mal grad 20 Minuten weg oder so. Jo. Jetzt mach mal. Ähm, Tommy, Bock auf Schach? Ne, Spaß. Ne, nur in real life. Ja, ja, same, man. Komm gleich nach, nachher bei... So, morgen Schach spielen? Sollte, Sommer. Ja, Mann. Safe. Bei mir. Mhm. Ja, okay, warte, ich hab ein gescheites Schach. Ich hab auf jeden Fall eins. Ich kann auch eins mitbringen. Sonst. Aber ich hab halt so ein relativ kleines. Ähm. Ähm. Oh, Junge. Ich hatte mal ein full-size Schachbrett. Also ein echtes, richtiges full-size Schachbrett. Weißt du, was ich mein? Warte, morgen ist Montag. Ähm. Ich bin morgen Mittag bei meinem Opa. Der hat ein richtig nices. Das ist das, was ich dir erzählt hab. Das ewig alt ist. Das könnte ich auch von ihm mitnehmen. Oder so. Ich frag mal meine Eltern, ob die wissen, wo unser Schachbrett ist. Ich hab hier auf jeden Fall eins. Ja, okay. Das ist halt relativ klein. Ja, deswegen. Also ich hab ein relativ großes. Ich weiß noch nicht, ob ich das finde bis morgen. Aber ich frag nachher mal. Spielt ihr das? Ähm. Nicht. Also ich. Ich hab's früher halt gespielt. Deswegen. Ich war jetzt auch nicht kacke oder so. Ich kenn halt die. Diese Tricks da nicht. Meinst du diese No-Scopes? Ohne Witz. Ja. Stimm dich mal ein bisschen Smokes erfinden. Korva. Warte. Philipp, ich mach mit, okay? Welche Map? Ja. Mirage. Keine Ahnung. Ich hab da Bock jetzt. Ich wollte da nämlich noch die einen Smokes. Ich hab noch kurz ne Serie. Sodom you trackest. Dingsen. Korva Dingsen. Oh! Ich mach grad Matchmaking. Ich suche Matchmaking rein. Tschüss! Hm. Wir gehen doch. Ja, ich geh auf. Bisschen Matchmaking ne Wunde, Jungs. AIM läuft grad. Warum hab ich eigentlich so schlecht performt in meinem AIM? Du hast den Philipp gemacht. Philipp, letzt du grad rein? Ich bin schon drin. Ja, halt. Auf dem Warmup-Server hab ich schon gemerkt, dass es nicht so gut läuft mit meinem AIM. Hä, du, bei mir steht grad im Dinger... Guck, ich hatte keinen Warmup. Ich bin ja wieder gut oder schlecht. Bei mir steht, du bist in CSGO-Wettkampf-Mirage. Ja, bin ich auch. Kannst du mich einladen? We've lost the bomb! Äh, kann ich irgendwie nicht, ne. Wieso nicht? Weil es ist mir nicht angezeigt. Okay. Willst du mir beitreten? Will ich das... Kann wie... Kann man sich die Runden speichern von Faceit irgendwo? Ah, du kannst Replay machen. Wie alt ist... Wie alt ist eigentlich Just ist der 19? Der ist so alt, wie du nicht bist. Der ist 19. Bald 20, glaub ich sogar. Bald? Zufällig am 1. Dezember? Weiß ich nicht. Nötig, wild, witzig. Wild... 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 Hast du schon... Gedingst... Heingestellt. Alles perfekt. So, jetzt probier ich das dann mal. Junge, ey. Fuck. Alter, meine kommt stabil, Junge. Hey, what the fuck? Das ist vorher irgendwie anders geflohen. Oh, das war ich da. Was ist das für ein Smog, Fabi? Damit du keine Smogs werfen kannst. Junge, das geht nicht drüber. Chlora, scheiße. Kann das sein? Nee. Junge. Oha. Oha, oha. Ah, fuck. Oha, oha, oha. Ah, fuck. Online. Oha. 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 Ja, irgendwie. Joll! Wo ist es? Ich kann es nicht sagen. Fuck off, dude. Okay, Fabi, it's fucking annoying. Levi, sorry. Philipp, ich schicke dir eine nette Smoke vorbei. Okay. Ja, moin, die ist auf dem scheiß Teppich, sonst wär die zu dir. Willst du, dass die hier so mittig liegt? Hm. Ja. 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 Kommt perfekt. Ja. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Ich hab's left. Andere. Ja, ich lag immer noch. Nein, oder? No. Ist ja gar nichts. Andere, wurde abgesmokt. Andere Smoke? Egal, das ist so eklig die One-Way. Ja, der ist an der Strasse. Leaving mid. Kirby, jetzt. Ich hab's in der Strasse. Nice, der ist dead, noch einer war links. Flashback! Und nest. Und zwei dead. Ich mach einer. Und zwei, was nest eins. One nest, oh. One city. Nice twist, schön gebaated. Nice, just. Terrorist's way. Das ist gut. Mal wieder. Aber du lagst immer noch. Ja. Aber egal. Google mal nach einem Fix sonst. Nach dem Game. In dem Game. In dem Browser einfach. Wenn du willst. Wer slidert der? Wanna go A? Wanna go A oder B? Nein. Don't unnötig sein. Don't unnötig sein. Ah, die Smoke liegt für'n Arsch. Connected over. Underground. Und der Smoke under. Ja. Vielleicht so hart rum, dass ich den fast nicht hol. Alter. Schau auf der Jungle. Deswegen Tommy, Google nach einem Fix einfach. Kannst ja nirgends machen, wenn du kurz bist im Browser. Skier rein drüber, Skier rein drüber. Mein Chard. Sollen wir trotzdem noch B gehen? Oder soll ich umdrehen? Ich guck kurz Mates zu. Einer ist noch Jungle. In der Smoke. 2 B. 2 B. 2 B. 2 B. 2 B. 2 B. Der Mate kommt kurz. Einer ist an. Immer noch einer Bench. 2 B. 1 maybe. 1 B. 2 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 B. 1 B. 2 B. 2 B. Häh? Ich peil's nicht. Keine Kette. Nein, kann nicht sein. Hä, bin ich blöd? Häh? Bin ich blöd? Wo war der? Ich hab's nicht gepeilt, keine Ahnung. Ja. Digger ich bin behindert. Scheiss silent. Digger ich hab keinen Plan wo der war. Same. Das sind so Mikro Rückloader? Was ist das? Ja. Das kannst dugralt. Migrosutter. FACEIT micro stutter. FACEIT.com reddit. Ich hab aus Versehen, FACEITیکin. cuz ich auch klinge und FACEIT-server habe ich kleine Legs, ich hab an fast 40 ping Mathers animiert, bla 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 bla. Ich hab aus Versehen S&G gekauft. Das wird AIDS. weil ich auf fullscreen kaufen wir ja ah blow you wanna play as g no i don't digga i don't know i can english blip wait i will flash for you in the ice i'm so blind dude on stairs tagged jungen der hat mich so fullflushed nicht under smoked der smoked immer gleich under der spielt immer eine one way of under raus ich bin 16 up here oh begin ach keiner steht mitte ja koi du niche molly garaig aage carmine side molly ist der ender oder was ist der ender oder was sicher jungen 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 der molly freuzelt jungen ich bin so am laggen von meinem ist komplett von nicht einer low jungen jungen digga unser mail ist pakistaner unser mail ist vollidiot wir sind eigentlich gerade zwei gestorben ich peils nicht ich hab den versucht zu killen aber das bringt halt nichts mit dem scheiß open cast manager cross tag back titans jungen 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 der karben spielt mit boxen wie der karben spielt mit boxen der spielt mit boxen ich hör mich wenn ich rede direkt mit der sand ihren mann vollidiot Schott Der ist leer. Der ist noch Schott. 2 Connector, 1 Schott. 2 Connector, 1 kurz. Der ist ein Nest. 1, kurz. Der ist noch Schott. 1 Connector, 1 Schott. und wenn wir die Nests Drei, Smoke, Nests und Schroeder und dann mit Kontrollen Ich habe einen Drollen. Smoke Nash & Short. Deep Short. Dead Jordan. Romycron. 1 Push Short Pass & 1 Connector Push. 2-1 Short Quick. Hopper. 1 Hopper Short. Close. 2-1 Short. Wo denn? Der ist direkt wo? 1 ist noch in front of Connector. 1 Jungle. 1 Jungle. Wo? Der war Ninja. 1 Beside. Oh my god. So wie ihr ihn gesehen habt. So wie ihr ihn gesehen habt. Digger, wo habt ihr ihn wieder gesehen? Der war komplett visible. Hä? Du hast noch Connector oder nicht? Was? Du hast doch Connector drin. Ja. Wie ist der überhaupt Connector durch? Guck mal, David ging rechts gekillt. Ja, Connector war abgest... Also ich habe Connector reingesmogt und dann bin ich durchgerannt. Moin, der hätte ich einfach durchlassen lassen oder... Ich verstehe halt nicht. Wären wir alle B gegangen, wäre easy geworden. Ja. Ja stimmt. Die beiden Mails. Also Cammy und der Typ jetzt. Das Ding ist, ich wollte eigentlich einfach nur Connector reinhocken und das abaimen, weil meine Smoke war nicht tief. Weißt du, die war... Boah. Digga, du fucking... Ah! Terrorist. Mein Smoke war nicht tief, weißt du, die war... Ja, natürlich Bombe liegt auf B. Ach lol, ich dachte er hat... Und der ist richtig gegangen. Holen. Holen. Ja, das war ein bisschen low von euch. Digga, das ist ein Inder. Von euch? Ja, ja. Weißt du, wenn wir einfach fliegen dazu. Mit der Short und der Klasse schon durch. Ja, same. Also, ich bin halt Short gestorben. Mit der AWP. Okay. Ich geh wieder. War so schnell. Dann war halt auch einmal... Bestass, Digga, ich hab... Yo. Short push. Two guys Short push. Ich kaufe einen Sagen. Ja. Ja, Short. Short coming. Oh, fuck du, das Tech-Nein. Ich dachte, du hättest irgendeine MP. Mhm. Okay. Okay. Short push. Connector. Wunder. Boah. Das ist ein bisschen besser. One Connector. Ja, der Blau ist halt useless. Ich bin Blau. Ich schau nicht. Ja, da ist Jungle links, Tommy. One underpass push. Regal, es geht in Speed, fällt aber auch nicht einer. Ich bin da rein. Ich bin da. Er covert halt auch an. One connector, one underpass, one net. Ich hab halt easy einen auf A holen können. Und es geht nicht rein. Er läuft, weißt du, der sneekt rum. Der sneekt rum, Junge. Dass die aber auch nicht called, Junge. Dass die schon durch sind. Der S-Water ist völlig gestoppt. Wusster nicht. Wusster nicht. Ich hab nicht zugesehen. Es gehen wieder fast B oder A. ja ich weiß nicht ob ich da jetzt was machen kann das ist ja das erste mal das so ist was ist das 1 side one side triple one firebox alter lag ich rum lol der holt den richtig stabil alter der carbon was der für aim hat 1 connector 1 connector Der ist tot. Der ist tot. Sandwich. Begab, begab, begab. Sobald der Spray ist vorbei, bei mir. Na, mir ist es einfach. Ein Tipp, alter. Der Carbon. Ja, wel, einen leisen Arbeitsspieler zu haben ist halt schön für CT. Ja, aber Aiga hast du gesehen, wie der geaimt hat? Ich bin ein Idiot, aber es klappt halt. Aiga, Alter, ist halt von mir. Der ist short, Aiga. Der ist jungler. 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 Der ist und er kommt. Ein weiterer, ein weiterer, connector. Ich höre halt nichts wenn der... Short, clear, maybe. Ons und triple. Ja, es geht nicht rein, das ist safe, but still triple low. Kurt sehe ich nicht. Digga, der ist super low. Da ist Kohl's im Ladder-Roll. Der kann leider dabei. Beide. Kann der mal die Fresse halten? Schwester, es nervt mich so sehr, dass sie so ein paar... One more shot. Ja, das ist ein dreadfornes. Digga, ich geb ihm 50 in zwei. Was?! Ich weiß, kann ich dir echt wie fast. Ja, sorry, aber da muss ich halt meinen dicken Front an die Server rausballern. Wie kann der Typ mit 130 Pig-L-Frags haben? The place to not sound so Indian. Du, die Mics so... so, uh... so loud. Dude, there is so much noise. We don't really understand. F***ing jet engine. Haha, man, digger, ist halt echt zufrieden. Warum kauft er den? Aber bei beiden, Junge. Ja, ist egal, der stirbt, dann holst du kurz eine AK. Ciao, digger. Warum muss ich die Zeit nicht machen, digger? Er hat noch AK, was macht er denn kein Klee damit denn so? One market. Shot, glaube ich. Er denkt mich durch die Wand. One shot. Er kann schon links in der Smokka. Ah, lass kippen. Rechts aus Window raus. Das gibt's nicht. Ganz lucky, dass ich da dann nicht hingeguckt habe. Ah, Mann. Der Ding war... RIP. Oh, Engdorf. Oh, lucky, dass das aber noch reingeht. Digger. Lucky, dass du den noch reingeht hast. Ich hasse sowas. Das war halt komplett dumm von mir. Ich hätte den nicht facen dürfen da. Und zwar unlucky von Tommy. Ja, das war... Alter, ich hab Tommy da zugeguckt. Er hat... Ey, das war so unlucky Timing. Also, ich traue ein bisschen Waffen mit denen ich one click. Junge, hat sich die Mc10 immer rausgehauen ab. Alter, ich konnte nichts mehr machen. Die Hälfte, die geht einfach nicht durch den Slayer. Digger drauf. Burn! LSA rausgehen, dann statt hier rum zu go. Abgemolliht bist du. Check City, please. Connected. I'm covering you. I'm covering you. I'm covering you. Ja, die sind so in da. Ja, das ist Katastana. Das ist komplett das gleiche. Wow. Wir haben das, Blue. Wir haben das. Ich sitze auf Blaus Kopf. Halt Rampeln. Ach, Pallas. Pallas 1. Der wird's nicht train. Natürlich. Der wird Rampeln. Der Rampeln, Pallas. Beide da. Ja. Pallas 1. Hä, was macht denn unser Mate? Was, was machen die denn da? Hä? Hä, Digger, was machen die denn da? You guys are fucking lost. Digger, was machen die denn da? Hä, Junge, was zum... Ich bin da Pfeil drauf. Der ist wieder solche Dalba-Jobs. Hä? Digger, was machen die? Ich geh hoch und dachte, die Runde geht zu Ende, oder was? Ich peils nicht. Ich peils nicht. Ich peils bitte. Digger, wie kann der 13 Frags haben? Und ich vier. Underground, denke. Watch out, under. Digger, immer under. Digger, immer under. One way. Einer. Richtig. Wo, 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 wo? What? Der Typ hat vielleicht irgendwas am Laufen. Digger, immer unter. Nächster. Digger, ich kreis. Ich mach mit mir. Ja, ich mach mit mir. Nächster. 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 Ein bisschen meine Smokefälle, alle da, ein bisschen hart. Short hier, Mann. Okay. Kann doch eine gewesen sein, weiß nicht, bei dem Rateweissmanzähnig. der chippy war ander ich bin so fett ich bin stark gegangen schon gedacht ich gleich wiederum nein man ich bin einfach stuck gegangen da ich denke der wird paddles oder so chillen ja schlau der kann immer so verschießen nice shot nice jungen carryst du die runde grad ja ich glaub dem chippy kein wort in der runde grad gell der hatte zwar einen Sinn fertig 4k oder ja ja du meinst dem ander spieler glaubt hier kein wort ich glaub dem chippy kein wort der hat in manchen runden ne zweier headshot jungen der hat mich grad durch die wand nein der hat zehn headshots gematcht hier ist average headshot zwei headshots aber wer spielt denn auf so ne idiotenhafte weise ander das ist weil wir nie mittelkontroll wollen nein der war der sb apps durch under dead wo liegt die bombe nimm mal die bombe jetzt ich wollte euch hinterher werfen aber ich geh jetzt wo ich bin kurz short seitdem in der frischen tat wie das ist eine runde gibt hat schon wieder geilen den hat ein handicap das ist kracht ich wollte kurz noch oder was müsste gleich mittlerweile ander Ich kann mal kurz Okay, ich push ihn jetzt, es reicht Geh doch durch Der Idiot Hat der mich reingebloggt 4 Fracks, 75er Headshot Ich lasse die Mitte vor Wie kommt der Typ da durch? Digga, Karben ist so ein Jude Digga Der rennt da einfach raus mit mich geholt Ich werde den Bragg mit dem Arsch Lol, ich warte die ganze Zeit, weil ich denke, es ist Smoke Ich denke, es ist Smoke komplett verladet So, noch Schwarz, kann das sein Triple, digga Flowing fire He's dead One triple Das ist doch schon wieder behindert Oh, ich lege die Ich lege die raus Oh mein Gott 6-9 score Boah, digga Slippis I play A I'm with you I'm with you Was? I'm with you I'm playing med Mois Digga, ich fetch jedes nicht Wie kann ich so underperformen? Ich bin auch gleich Ja, ist egal, mach dir jetzt keinen Kopf Versuch einfach Der hat doch gesagt, der spielt die Spiel Ey, ey, ey 2-1 2-1 1-2 1-2 Der f*** mich halt Ist das ein 1-2 One-2 1-2 1-2 1-2 2-1 2-2 1-3 Das hat mich mies gebetet Deine 1-3 1-3 2-1 Digger... Dun und Hell! Ohhooh... Nice Sache. Hast du bisschen wie ne Pussy gespielt, aber Nice! Hä, habe ich das echt wie ne Pussy gespielt? Ja, wo der links rüber ist, hättest du halt einfach hinterher ziehen können. Ja egal, das ist mein Face-Style. Das ist dein Face-Style, ich renne den Leuten nicht hinterher. Ich weiß, wie sowas endet, Junge. Ja, mit 16 Kills, aber auch 13 Toten. Der regelt nicht da den Delete, Junge. Ja, nee, das ist mein Face-Style. Ich wär da voll bis woher. Ich glaub, kompromise ist hinterher. Ja. Free mid-form. Junge, alter K, wenn du dummer... Einer ist schon... Einer ist schon Chair. Ich hab' mit meinem Am-4. Habt ihr einen? Werd' ich von dem Meldungen gebetet. Under Window? Maybe Connector? Nevermind. One Chair. One Chair. I flash for you. Warum sind die eigentlich immer so Anti-Melds in mir? Nein, jetzt... Top mid-low, top mid. Hey, was schieß ich? Wo ist meine verfickte Farmer-Szenen? Okay, bei mir läuft er gar nicht. Digga, bei mir läuft gar nicht. Ai, ai, ai. Hat Cammy einfach ein 37er ADR. Digga, ist Carbon-Kandidat. Digga, ist Carbon-Kandidat. 3,5k-ärzt. Okay, okay, danke. Okay. Genau, tatsächlich überzeugt von Carbon. Muss ich ehrlich sagen. Ist sehr mit der A, wenn er manchmal macht. Finde ich sick. Ist schlecht, aber finde ich sick. A fliegt. Kader. Tumor, Tumor! Tumor, Tumor! Tumor! Mein Modem! Kann... ... ... ... ... ... ... ... 1 Mid 2 auf A, 1 Mitte 1 Fireball Das geht nicht, sind nur 3 am Leben Hi Hi, 1 Mid Schon A Side Er ist oben drauf Oben Stairs One more mid blow Hi Hehehe Hehehe Nice Brauchen wir so sprechen Wir brauchen Selectator Yo Loll Ja der steht safe dahin Ja Fass Digga das ist so Da denke ich Mit dem 300er Pink schießt sich dem 4 mal in die Fresse alter Purple Can you drop me pistol? Purple Can you drop me pistol? I can drop pistol I can drop pistol Wie du bist du? Digga Ich raste es gar nicht 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 Ja Du hast ihm halt einfach nur ein blöden Ding gegeben Der Scheiße M4 Ja er hat schon Fall gehabt Was machst du bei mir? Hält du? Ich hab's gewonnen Nevermind du bist schon oben Load Warte Ganz richtig drauf Nichts Drei Leute da Lol Warte Was machen die denn? Warte 1 Aim in 1 Ballist 1 Aim in 1 1 Aim in 1 Der ist schon on site Safe auto On side Mitte Short low Nein, ich verlande ein kurzes U low Oh nein Wo ist der side Wo ist der side Warte, warte, ich muss safe einen Shot kriegen Schön Der hat gar nichts mehr quasi Geht, 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 geht Nein Da ist, ja, da ist noch ne AK auf Stairs Ja Daher Digga, hab ich das verlallert Der war 6 HP auf fucking Stairs Ich hab ganzen Spray verschossen Ich mach danach aber kein Face Ich lass den Abend entspannt ausklingen Wir müssen morgen wieder 5.40 raus Das heißt, was heißt für dich entspannt ausklingen? Was machst du? Ich tülle noch meine Eier Ein bisschen Eierbaumeln lassen, Junge Boah, ich war dick geschockt Da sind, da sind, ja Smoke Welcher Idioten hat er reingesmockt? Ich Da waren noch welche Da ist mein Palace Achso, nee, keine Rampe steht Ja, ich poste nicht mehr von mir so Flashed Hier sind wir jetzt Ja, ist die voll vor allem Purple, kannst du Flash für mich? Where? Flash Flash where? Mid, mid I can One more Bomb apps Throwing fire Flashbang KALIS Digga, ich hör nichts Oh, Camille, die sind weit vorne Ja, ich weiß, ich hör halt nichts Nice, Tommy Letzter war A Oh, Giga, ich vertrau Cam Hey, hey Digga, Cam ist scheiße Ja Vielleicht aber Fake Ja, das Könnte gut sein Ich denk, der kommt nicht von Apps Denk ich auch nicht, aber Wird dumm sein Der hat Club auf kurz gestappt Du hast mich safe von links geholt Der hat keine Zeit, ne? Der hat den größer No time, no time Counter-Terrorists win Nice gespielt, Tommy Nice, gar nichts Ja, nein, aber weißt du Irgendjemand hätte da wieder reingefaced Von den Low Idiots, Junge Äh, okay, ich Irgendjemand hätte da wieder Braucht einen Drop Tommy, drop mal einmal Ja, ich spiel wieder meine Farmers Dann drück ich dem wieder Acht Hits in sein Gesicht Der wird nicht sterben Ich sag's euch Gags Waffe Der ist schon durch Annen ist schon da Der ist schon da Under pass Der ist Der ist Upper mid Upper mid Wann nicht unter Ja, Annen ist draußen Perl ist auch dog Ja, er ist Die Waffe ist so ne Scheiße, ich treffe aber auch nichts. Ich lag. Nervig. Can you drop me something? Can you shot your... No. You can get them far. Ja, drop him bitte irgendwas, weil ich hab echt nicht so viel tatsächlich. Go, go, go! Mit aufschießen. Ich hefte. Ich support her oder so. Der hat etwas auf mich. Der ist left side. Ja. Der Schott ging nicht weiter. Ich sehe den Schuss. Ander Pass. Anderer ist gemodet, Tommy. Ja, wollte ich noch körperchen. Ist der immer noch? Linke Seite. Ah. Fischt. 1BF sauber. Er ist weg. Ja, ich krieg nicht mehr. 1BF. 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 2BF. Ah, der ist neuer Konnektor. Oh man. 1BF. 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 Ich denke, Bell ist lastver Hast du eine ordentliche Art? Die sind aber auch schlecht, die Typen Ja Bell ist... NONONONO NONONONONO Sehen nirgends Ja die zacken aber auch mies rein Ja ich mach halt auch mittlerweile Kills Ich nicht Ich hab halt was ich bin halt darauf angewiesen irgendwelche Waffen zu zocken die ich nicht sprayen muss Aber ja dafür gehts eigentlich Damit läufts tatsächlich nicht Hand erklär Ab gehts Fäll ist man Warte lass mich rausgehen Ich geh wieder Mitte Ok dann geh ich zu dir Alles gut ich hab's im Griff Scout Ja well es war halt auch was auf A Ja Bomber Bomber Noch einer Dreh den A später Oh mein Gott wie ging der Ja Kurz und Mitte Kurz und Mitte beide Der hat mich insane geklickt Ich hab einen Ich hab einen Ich hab einen Schnell ich hier einfach meine Eier Tommi hat den Ah Tommy hat den Er lebt schon Ja klar du geh auf einen Ich hab den Haken nicht Warte Der ist Kurz Du kannst ihn wegpistolen wenn du willst Warum sneakt Warum sneakt hdr Just go quick Jiger ich hab den gar nicht gesehen auf kurz Er ist einfach durchgelaufen Jaja Ja egal easy game Das ist nicht mal ein GG Das war nicht mal Angestrengt Nicht mal ein GG kriegen die dafür Die Gegers Ich hab das Dass ich ein Handicap hatte Junge haben die irgendwie nichts verschissen Was für ein Handicap Ich hab mies reingelegt Alter Ja der hat die ganze Zeit Ja der hat die ganze Zeit Wurziger einen Grokler gehabt Ja well ich bin halt jetzt Zum vierten oder fünften mal Level 6 Junge das ist auch Komplett behindert Ja Digge ich bin wieder Level 4 Let's go Bin ich vielleicht auch Level 4 Ja wir bin jetzt 20 vor 10 Ja ich mach keins mehr Du machst keins mehr Ja Jetzt hast du aber ne bessere KD als ich Jetzt hab ich ne bessere KD als du Müsst das Müsste da sein Ich hab jetzt ne 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 Ich sehs nicht Ich hab meine Winrate wieder hoch Ich hab immer noch ne 1,3,8er KD Ne 1,3,7er jetzt Ja Perfekte Sache Perfekte Sache Ja Junge hast bestimmt du für hause Ja Junge hast bestimmt du für hause Ich hab 60er Winrate wieder drinnen Hä wo seh ich denn welche Ränge Wie viel welche Wie viel Digge die Fresse Wie viele Faceit Punkte ich für Wie viele Geräte Was meinst du Wie Ach Digge egal 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 ja warte ich hab's schon ich hab's schon Ja gut Lass Ab wann ist man jetzt Level Faceit Level 4 100 Loll aber Justus das ist am Anfang Das ist am Anfang nur so Hä das ist Digge Du brauchst immer 150 Alle 150 Punkte ist ein Uprank Ja ja eben Ja Das heißt 10 Matches musst du immer gewinnen Hä Nein Ja du kriegst 14 Punkte pro Game Nein du kriegst zwischen 23 und 25 Ey wie viel hab ich ein Gramm für verdient Du kriegst zwischen 23 und 25 Punkte Du kriegst zwischen 23 und 25 Punkte Im Prinzip von Faceit Level 3 auf 10 sind 42 Wins in Folge Ah ja Weiß sie Okay Ja wird doch nicht so schnell sein Ja wird doch nicht so schnell sein Digge 4 500 bis 800 ist Level 1 Wie hat denn dann Felix Junge Ja stell mal vor du droppst halt wirklich brutal runter also Du brauchst dann ja weiß ich auch nicht 20 Games um wieder ein Level hoch zu werden Ja Junge Felix Digge Felix hat halt 788 Elo Punkte Ach du Scheiße Ja aber Felix ist halt auch Felix Der hat halt auch nur 2 Faceits gemacht Der hat sich hoch gespielt von 703 Runter gespielt von 793 auf 788 Wie hat denn der mit 2 Matches Level 1 gekriegt? Weiß nicht Nee 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 der hat wer Der hat ja mehr Matches Wie viele Matches? 62 Matches Achso Ja well das ist halt Ja es ist halt immer noch nicht so bad wie der Typ mit 800 Matches und Level 1 von eben Ja das stimmt Obwohl Level 1 schon eine Hausnummer ist Das kann mies Kacke sein Junge Mach mal Level 1 ist schon echt eine schlechte Hausnummer Ja aber ich sehe gerade was habt ihr was habt ihr für FBI Punkte bei Faceit Wie viele? Wenn ihr auf euer Profil legt 2,970 Ist der Verhaltensindex oder? Ja Wie viel hast du Tommy? 1,000 1,000 1,000 Digger bei mir ist der erstmal getroppt Wir sind halt eh Wir sind halt in pure Trust Faktor Wie viel hast du? 975 Ja well ich hab halt weniger als du Warum hast du so wenig? Weil du Leute reportest Ich reporte niemals Leute Weil die spaßig sind Weiß ich auch nicht Ich bin unfreundlich und ich reporte Leute Aber 970 ist halt immer noch grün 970 ist gelb Nein 970 ist grün Ich sehe es doch gerade in der Liste die von Faceit angeht Ja das ist grün auf deiner Tabelle aber das ist gelb von Faceit Ja das ist bisschen doof Warum machen die das denn? 1050 Also ja das ist grün aber das ist so gelb grün Es ist 950 bis 1050 sind fair 850 bis 950 sind pro 750 bis 850 sind bad Und so alles unter 750 Und so alles unter 750 ist really Komma really bad Ja das Ding ist halt Es ist immer noch besser als kirschroter Trust auf allen anderen Accounts Ja ja Wie kriegt man das überhaupt hoch? Ja durch Ja durch Recommendations glaube ich Kann man sicher Ich glaub ich Nicht reportet werden Einfach nicht reportet werden Ja Trust wird auch noch so unter anderem Sachen aus der Steam Community bestimmt Zum Beispiel wenn du oft so Ja Trust aber es geht um Faceit Verhaltensindex Und da war mein Faceit Behaviour index Jetzt haben wir einfach ein Smurf Game Ja können wir Ich zock nicht mehr Bist du dir da sicher? Ja das kannst du erstmal Ja wie sieht es aus mit Pupke oder Among Us? Among Us Among Us ich immer Wir sind zu wenige für Among Us Among Us Das war ein Joke Der Nils ist da Bennys Online Die beiden auf jeden Fall Vielleicht kriegen wir Ja ich denk Ich denk halt nicht dass Ivo daheim ist Was haben wir denn sonst noch so in der Bibliothek Was man hier ein Dummes tun könnte? Lego Batman Beyond Gotham spielen Destiny Gäbe es noch Aber Kimi ja kein Destiny Was ist denn ein Prussia für den Game? Minecraft Ja wir können Minecraft spielen Und was mit Philip ist ein Wulscher Typ? Frankt er sich ein oder ne? Ich move den Mann zu haben Ok Ah da ist er Gut Oh du bist gemoved, du Opfer Weil du nix gepackt hast Nach zwei Mal fragen Das wollte ich auch sagen Also machen wir jetzt Minecraft oder nicht? Wir haben kein Modpack Ja wir haben kein Modpack Ist scheißegal Ihr könnt irgendwas machen Oder Philip beeilt sich bissle Mhmmm Kein Bock Lass einfach Den alten Modpack nehmen Wenn du passt Ja man Mhmm So aber Können wir machen? Äh Hä schon nicht Und warum? Weil der alte Weil der alte Ich schon aufgezockt hab Mhmm Ja aber ist ja nicht unser Problem Das ist Ja ok Dann viel Spaß Jungs Ja Wer holt nen Server? Ich hab keine Ahnung von Minecraft Also ihr müsst mir halt clean sagen welches Modpack und wo ich das krieg und wie ich das installier Ja Gar nicht Über Twitch Launcher Über was zum Henker? Twitch Launcher Was ist das denn? Twitch Launcher Das ist die Twitch App Da kannst du auch Happens Jungs Und Was ist das denn? Ta